Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video zum DeepBot möchte ich euch zeigen, wie ihr eigene Commands erstellen könnt. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen? Dann abonniert den Kanal. Wer den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Damit ihr eigene Commands mit dem DeepBot erstellen könnt, müsst ihr diesen natürlich erstmal eingerichtet haben. Und ich setze voraus, dass ihr das erste Video zu der DeepBot Tutorial Serie gesehen habt. Ich habe euch das Ganze oben rechts in der Infobox nochmal verlinkt. Um nun eigene Commands anzulegen, wechseln wir im DeepBot hier oben auf den Reiter Channel Commands. Ich sage immer Commands. Ich versuche das hier zu verdeutschen, aber um das mal klarzustellen, es heißt Comments. Also werde ich jetzt auch mal Comments sagen. So, damit wir Comments erstellen können, müssen wir hier oben auf den Button Add New klicken. Es gibt aber auch noch weitere Schaltflächen wie Edit, Enable, Disable und Delete. Außerdem habt ihr für die Selection All und None. In der Liste unter den Buttons seht ihr alle eure Commands. Diese könnt ihr hier einfach durchsuchen und ihr seht auch über den Commands jeweils eine Überschrift Accounts, Commerce, DeepBot API. Und diese Gruppen, die könnt ihr auch selber erstellen und könnt damit eure Commands etwas gruppieren, damit ihr bei mehreren Commands auch noch durchschauen könnt. Doch genug gesabbelt, lassen wir uns doch mal hier einen Comment erstellen. Einfach auf den Add New Button klicken und es öffnet sich ein weiteres Fenster. In diesem Fenster wird man erstmal von den ganzen Einstellungsmöglichkeiten erschlagen. Und ja, man kann hier sehr, sehr, sehr viel machen. Doch in diesem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, wie man ganz simpel einfache Commands erstellt und wie man diese nur bestimmten Benutzergruppen zuordnen kann, beziehungsweise nur durch bestimmte Benutzergruppen ausführen lassen kann. Die beiden wichtigsten Dinge, die ihr erstmal machen müsst, ist dir oben dem Comment überhaupt einen Namen geben oder einen Comment definieren im Sinne von, wie soll dieser Comment denn im Chat getriggert werden. Ihr könntet hier zum Beispiel einen Comment Discord anlegen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch noch gruppieren. Das waren die Gruppen, die ich euch eben gezeigt hatte in der Übersicht. Hier könnt ihr zum Beispiel Social Media machen. Und wenn ihr das nächste Mal einen Comment erstellt und ihr auch wieder Social Media eintragt, dann werden Discord und der nächste Comment, den ihr bei Social Media einordnet, unter der Überschrift Social Media in der Liste der Comments gruppiert. Wenn ihr beide Angaben getätigt habt, könnt ihr nun sagen, wie denn der Status dieses Comments ist. Enabled oder Disabled. Enabled bedeutet, dass der Comment aktiv ist. Das heißt, man kann ihn ausführen und benutzen. Wenn ich das Ganze auf Disabled stelle, dann kann der Comment nicht genutzt werden. Erst wenn ihr den ganzen Comment enabelt, ist er dann nutzbar. Wenn ihr das Häkchen bei Messages start with exclamation mark setzt, also Ausrufezeichen, dann bedeutet das, dass alle Comments, die ihr erstellt, immer mit einem Ausrufezeichen vorangestellt werden, wenn ihr den hier vergessen habt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier Ausrufezeichen reinschreibt, würde das auch nichts machen. Aber dieses Häkchen bedeutet, dass das Ganze damit gestartet wird. Also wie ihr es machen wollt, ist eigentlich egal. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich auch ein Ausrufezeichen damit reinschreibe. Angewohnheit. Und nun kommen wir zum eigentlichen Comment, nämlich bei Message. Bei Message kommt das rein, was der Bot antworten soll, wenn der Comment Ausrufezeichen Discord ausgeführt wird. Hier könnt ihr einfach einen Freitext reinschreiben. Hallo, ihr besucht mich doch auf meinem Discord-Server. Und dann noch die Adresse. Wenn ihr jetzt theoretisch Enter drücken würdet, würdet ihr eine neue Zeile starten. Und hier untersteht es auch nochmal For randomized responses, separate each response with a new line. Bedeutet, wenn ihr von dem Bot mit unterschiedlichen Antworten diesen Comment beantworten lassen wollt, könnt ihr ganz einfach immer in einer neuen Zeile eine weitere Antwort einfügen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, ich möchte nicht nur immer Hallo, ihr besucht mich doch auf meinem Discord-Server antworten, sondern auch mal meinen Discord findet ihr unter und dann die Adresse. Wir können jetzt auch noch eine dritte Zeile einfügen, wo wir nur die Adresse einfügen. Das heißt, der Bot antwortet einfach nur mit dem Link zu meinem Discord-Server. Was passiert nun, wenn Ausrufezeichen Discord in den Chat geschrieben wird? Der Bot sucht sich eine von diesen drei Zeilen aus und antwortet mit dieser. Das bedeutet, somit habt ihr halt unterschiedliche Antworten. Wenn ihr aber immer die gleiche Antwort haben wollt, dann reicht es, wenn ihr einfach nur eine Zeile da drin habt und der Bot antwortet immer mit dieser Zeile. Als nächstes habt ihr noch ein Feld-Description. Dieses Feld ist an sich für euch. Hier könnt ihr reinschreiben, was denn dieser Comment macht, damit ihr das nicht vergesst oder damit ihr überhaupt wisst, was hier vielleicht der Sinn dahinter ist. Des Weiteren ist diese Description natürlich auch, wenn die Leute sich die Liste ihrer Comments angucken, dann können die nämlich nachlesen, wofür das Ganze gedacht ist beziehungsweise eine weitere Erläuterung noch einsehen. Als nächstes können wir noch die Access Control einstellen. Die Access Control ist die Zugriffskontrolle, nämlich wer darf diesen Comment ausführen. Und zwar könnt ihr das Ganze auf eine User Class beschränken. Eins bedeutet, alle Zuschauer können das Ganze machen. Bei zwei können es nur die VIPs, bei drei nur VIPs und Mods. Ihr seht schon, da gibt es sehr viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass das nur die Mods dürfen. So könnt ihr Mod-Commands erstellen. VIP, da werde ich nochmal in einem gesonderten Video drauf eingehen. Und zwar könnt ihr nämlich auch den Zuschauern auch VIP-Ränge zuweisen anhand von Punkten oder zugeschauten Stunden. Und das Ganze kann man dann hier wiederum in den Comments nutzen, um Comments auf bestimmte VIP-Ränge zu beschränken. Wir lassen das Ganze jetzt aber für dieses Beispiel auf All Viewers, denn alle Zuschauer sollen meinen Discord-Link im Chat abrufen können. Bei Cooldown könnt ihr nun jetzt noch in Sekunden eintragen, wie lange denn nach der Ausführung dieses Comments der Comment braucht, bis er wieder verfügbar ist. Wenn ihr also zum Beispiel 60 eintragt, bedeutet das, wenn der Comment ausgeführt wird, dauert es 60 Sekunden, bis er das nächste Mal wieder ausgeführt werden kann. Ansonsten ist er halt einfach nicht ausführbar. In der nächsten Reihe gebt ihr nun an, wo denn der Bot mit der Nachricht bei Message antworten soll, beziehungsweise wo der Bot denn verfügbar sein soll für diesen Comment. Und zwar gibt es Channel Messages, das wäre euer ganz normaler Chat von Twitch. Dann gibt es Whispers, das heißt, wenn der Bot angewhispert wird, dann könnte er damit antworten und es gibt Discord. Ja, ihr könnt nämlich den Depot auch mit Discord verknüpfen. Darauf werde ich aber auch in einem gesonderten Video eingehen. Als allerletztes bei Access Control haben wir noch Min Points und Min Hours. Min Points bedeutet die Mindestanzahl an Punkten, die ein Zuschauer haben muss, damit er diesen Comment ausführen kann. Und Min Hours natürlich dann als Äquivalent dazu die Mindestanzahl von Stunden, die benötigt wird, damit ein Comment ausgeführt werden kann. Wenn ihr bei beiden 0 eintragt, bedeutet das, dass der Comment eigentlich, egal von welchem Zuschauer, ausgeführt werden kann. Und wenn er gerade erst neu in den Chat reinkommt, kann er diesen Comment auch ausführen. Als letztes habt ihr hier unten noch die Möglichkeit, das passt nämlich noch zu der Access Control, eine Access Denied Message einzugeben. Diese Nachricht würde in den Chat geschrieben werden, wenn der Benutzer nicht das Recht hat, diesen Comment auszuführen. Also gehen wir mal davon aus, ihr habt einen Comment Discord angelegt und diesen darf nur der Mod ausführen, weil ihr wollt nicht, dass die Leute euren Discord-Comment im Chat spammen. Naja, wer will das schon, aber ihr wisst, was ich meine. Dann könntet ihr hier unten reinschreiben, zum Beispiel, diesen Comment dürfen nur Mods ausführen. Bedeutet also, wenn jetzt ein Zuschauer in dem Chat ausrufezeichen Discord schreibt, dann würde der Bot mit dieser Nachricht antworten, denn wir haben bei Access Control ja eingestellt, dass nur Mods diesen Comment ausführen dürfen. Ja, es gibt noch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten. Ihr seht ja zum Beispiel ein On-Screen-Widget, ihr seht Cost, ihr seht OBS Remote, VIP-Modifications, Sounds, ja, ihr könnt auch Sounds abspielen durch Comments, Command-Chaining und Dynamic Data. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber das bezieht sich auch alles wieder auf weitere Features, die der Bot noch hat. Das heißt, das werde ich in weiteren Videos vorstellen, immer dann, wenn es zu den jeweiligen Features passt. Um diesen Comment nun zu speichern, klickt ihr einfach auf Save, dann würde das Fenster weiter offen bleiben oder Save and Close, dann wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen. Sobald ihr dann gespeichert und geschlossen habt, seid ihr wieder in der Übersicht eurer Comments und der neu angelegte Comment ist nun auch dabei. Ihr könnt nach euren Comments suchen, indem ihr hier oben bei der Lupe einfach den Comment eingebt, den ihr suchen wollt und Enter drückt und dann wird euch der Comment angezeigt. Ihr könnt in den Comment auch reingehen, einfach anklicken und auf Edit gehen, dann seid ihr in eurem Comment drin. Wenn ihr das Ganze schließt, seid ihr wieder in der Übersicht und ihr könnt eure Comments auch testen. Rechtsklick auf den Comment, Execute Now und dann wird der Comment auch ganz normal im Chat ausgeführt beziehungsweise es wird einfach die Antwort des Comments in den Chat geschrieben. Damit sind wir auch mit dem Basic Setup für eigene Comments im D-Bot fertig. Im nächsten Video zum D-Bot werden wir uns einmal die Timed Messages angucken sowie die Event Messages. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! 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 Ciao!